Foto des Tages, 8. Februar 2018 BVG proudly presents Schaf in Seenot Ein Plüschschaf hängt ganz zierlich neben einem Rettungsring. Es guckt so süß und niedlich, dass ich es augenblicklich retten will. Sein Blick schaut dennoch fahl vom Rettungspfahl. Das Wetter hat's ihm angetan, inzwischen ist sein Weiß Vom Dunst der Stadt ganz grau und sein Fell matt. Warum es wohl noch keiner gerettet hat? Da war ein anderes Schaf, besser gesagt ein Lamm, Dem nicht ein Jemand, sondern das uns zur Rettung kam. Es hing auch an einem Pfahl, wo es dem Tod erlag, Nur, dass es den dann bezwungen hat am dritten Tag. Es ist das Lamm, das Gott uns gab, Weil er seinen Sohn ins Grab gehen ließ, Wo er dem Tod alle Rechte entriss. Danach wurde er lebend gesehen, Nicht nur von denen, die ihn kannten, Sondern auch von denen, die nur seinen Namen nannten. Über 500 waren es, mit denen Jesus saß und aß, Die ihn anfassen und es kaum fassen konnten, Dass einer, der an einem Kreuz verstarb, Von einem Speer durchbohrt, Nun lebend um sie warb. Die Zeichen seines Todes trug er als Male an sich selbst, Das Lamm, das sich geopfert hat, Damit ein jeder Leben hat in ihm. Er ist das Leben. In ihm ist alles längst von Anbeginn gewesen Und wird auch nicht verwesen.